Das Super-Wahljahr in Deutschland geht zu Ende mit einer EU-Wahl, drei Landtagswahlen, diversen Kommunalwahlen und einer Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Und bevor diese Wahlen stattgefunden haben, war in den Medien besonders eine Frage rauf und runter diskutiert worden, nämlich wie genau wird die AfD abschneiden? Könnte es womöglich sein, dass die AfD künftig in einem oder mehreren Bundesländern regiert? Inzwischen haben wir Antworten auf diese Fragen. Erstens, die AfD ist eine der Gewinnerinnen in diesem Wahljahr und konnte überall zulegen. Vor allem in drei Bundesländern, in denen ihre Landesverbände von den Landesämtern für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Und zweitens, nach einer AfD-Regierung sieht es aktuell nicht aus. Aber trotzdem regiert die AfD mit in Deutschland. Teilweise ganz direkt und teilweise indirekt. Wie genau? Darum geht's jetzt. Für die AfD gab es bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg in diesem Jahr ein klares Ziel. In allen drei Ländern wollte die Partei mitregieren und jeweils den Ministerpräsidenten stellen. In Brandenburg Hans-Christoph Berndt, Björn Höcke in Thüringen und Jörg Urban in Sachsen. Und tatsächlich wurde zumindest in Thüringen auch ein wichtiges Etappenziel erreicht. Die AfD ist stärkste Kraft geworden. Knapp vor der CDU. In Sachsen und Brandenburg lag die Partei ganz knapp hinter der CDU, beziehungsweise der SPD, auf Platz zwei. Allerdings schon im Vorfeld hatten alle anderen Parteien, die in die Landtage gewählt worden sind, eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Damit ist sie in Thüringen zwar an der Spitze, kann das aber nicht für sich nutzen, um eine Regierung zu bilden. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist das grundsätzlich gar nichts Neues. Besonders bekannt ist in diesem Zusammenhang die Bundestagswahl von 1976. Damals hatte die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Helmut Kohl zwar 48,6 Prozent aller Stimmen einsammeln können, regiert haben, wie zuvor auch schon, allerdings die SPD und die FDP. Obwohl die SPD nur auf 42,6 Prozent kam. Übrigens bei einer Wahlbeteiligung von 90,7 Prozent. Beispiele wie dieses gibt es viele, auch auf Landesebene. Das heißt, nur weil eine Partei die stärkste Kraft ist, heißt das nicht auch automatisch, dass sie die Regierung anführt. Genau das zeigt sich jetzt wieder bei der AfD. Aber für die AfD ist das vermutlich nur eine halbschlechte Nachricht. Denn man kann davon ausgehen, dass innerhalb der Partei ohnehin viele gar nicht damit gerechnet hatten, dass sich andere für eine Zusammenarbeit finden. Und was auch zentral ist, die AfD regiert trotzdem mit. Sowohl regional als auch überregional. Insbesondere in Thüringen oder auch in Sachsen. Und zwar so. Erstens durch kommunale Mandatsträger. Wie gesagt, es wird in der kommenden Zeit mutmaßlich keinen Ministerpräsidenten von der AfD geben. Auch keine Minister oder andere Regierungsvertreter, Staatssekretäre und so weiter. Aber an anderen entscheidenden Stellen ist die AfD schon vertreten. Nämlich im kommunalen Bereich. Zum Beispiel im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Dort wurde 2023 ein neuer Landrat gewählt. Und erfolgreich war am Ende Robert Sesselmann. 51 Jahre alt, studierter Jurist und Mitglied bei der AfD. Damit ist Robert Sesselmann das erste Parteimitglied der AfD, das es zum Landrat geschafft hat. In der Stichwahl gegen einen CDU-Kandidaten mit rund 6 Prozentpunkten Vorsprung. Das heißt, der Landkreis Sonneberg wird von der AfD regiert. Denn ein Landrat hat weitgehende Befugnisse. Einerseits muss er zwar die Vorgaben der Bundes- und Landesregierung umsetzen. Andererseits hat er dabei aber auch selbst viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kollegen vom NDR, vom Mitteldeutschen Rundfunk, haben das für Thüringen einmal ausgewertet. Und kommen auf insgesamt 80 verschiedene Aufgabengebiete bei einem Landrat in Thüringen. Zitat. Ebenso gehört dazu, in Thüringen ankommende Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Der Landrat leitet außerdem den Kreistag und ist Chef der Verwaltung. Bei all dem hat ein Landrat durchaus Spielräume, in denen er selbst seine Vorstellungen von Politik umsetzen kann. Zwar nicht ganz so wie zum Beispiel ein Landesminister, aber Möglichkeiten gibt es schon. Auch deshalb, weil die AfD im Landkreis Sonneberg mit insgesamt 14 die meisten Sitze im Kreistag hat. Allerdings gehört auch dazu, außer in Sonneberg gibt es sonst nirgendwo in Deutschland einen Landrat von der AfD. Bei den Landratswahlen im Juni 2024 haben es zwar einige AfD-Leute in Stichwahlen geschafft, in Thüringen letztlich aber ohne Erfolg. Erfolgreich war die AfD dafür bei Gemeinde- und Stadtratswahlen, insbesondere in Ostdeutschland. Und auch im Westen konnte die Partei ihre Sitze in kommunalen Parlamenten deutlich erhöhen in diesem Jahr. In Baden-Württemberg zum Beispiel hat die AfD seit diesem Jahr insgesamt 342 Sitze in Gemeinderäten. Das sind 225 mehr als zuvor. Und in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt sieht es für die AfD noch besser aus. Dort ist die Partei in vielen Gemeinden stärkste Kraft bei den Kommunalwahlen geworden und hat damit Einfluss auf die Politik vor Ort. Denn wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann braucht es Mehrheiten. Und da führt an der AfD in den Kommunen oft kein Weg mehr vorbei. Da geht es zwar nicht um die ganz großen bundespolitischen Themen oder um neue Gesetze, aber wie es ganz konkret vor der eigenen Haustür aussieht, das bestimmt die AfD in einigen Regionen in Deutschland deutlich mit. Die der Partei Die Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung hat zum Beispiel untersucht, wie und wo die CDU auf kommunaler Ebene schon mit der AfD zusammengearbeitet hat. Und herausgekommen ist dabei eine lange Liste. Unten in der Infobox habe ich euch diese Liste verlinkt. Und nicht nur auf der einen Seite der Kommunalpolitik, den Parlamenten, hat die AfD Einfluss, sondern auch auf der anderen Seite, bei den jeweiligen Chefs der Stadt, den Bürgermeistern. Aktuell gibt es in Deutschland zwei Bürgermeister, die von der AfD gestellt werden. Einmal in Ragunjessitz in Sachsen-Anhalt und einmal in Groß Schirna in Sachsen. Dort ist seit einer Wiederholungswahl im September 2024 Rolf Weigand im Amt. Als Bürgermeister, das wisst ihr sicherlich, hat man hohen Einfluss darauf, welche Politik konkret vor Ort gemacht wird. Man ist sozusagen der Regierungschef einer Stadt. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch den Stadt- oder Gemeinderat hinter sich haben. In Groß Schirna ist das der Fall, da besetzt die AfD fast 50 Prozent aller Sitze im Rat. Allerdings muss man das alles auch immer in Relation stellen. Insgesamt gibt es in Deutschland ungefähr 12.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Zwei davon kommen eben jetzt von der AfD. Gleichzeitig ist es aber auch relevant, dass die Partei vor allem in Ostdeutschland viele Kommunalparlamente mit ihren Sitzen dominiert. Das sorgt für Einfluss. Und Einfluss gibt es auch noch eine Ebene weiter oben. Zweitens durch die Sperrminorität. Sperrminorität, das ist so ein typisches Wort aus dem Juristen- und Bürokratendeutsch. Dahinter verwirkt sich ein mächtiges Instrument, über das die AfD seit diesem September in gleich zwei Bundesländern verfügt. Ganz allgemein bedeutet Sperrminorität, dass eine Minderheit, also Minorität, die Möglichkeit hat, Beschlüsse zu verhindern oder zumindest zu verzögern, wenn darüber abgestimmt wird. Sie kann diese Beschlüsse also sperren. Bezogen auf ein Landesparlament bedeutet das, hat eine Partei mehr als ein Drittel aller Sitze, dann hat sie eben genau dieses Recht. Sie hat die Sperrminorität und kann mitbestimmen, auch wenn sie gar nicht regiert. Bisher hatte die AfD aus der Opposition heraus wenig Möglichkeiten, die Politik aktiv zu beeinflussen. Das ist künftig anders, zumindest in Thüringen und in Brandenburg. Dort hat sie nämlich nach den Wahlen mehr als ein Drittel aller Sitze in den Landtagen. In Sachsen hat die AfD dieses Ziel ganz knapp verfehlt. Machen wir das jetzt mal konkret. Was kann die AfD mit ihrer Sperrminorität anfangen? Das Wichtigste ist, sie kann überall dort mitmischen, wo der Landtag Dinge mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen muss. Das sind in beiden Bundesländern Änderungen an der Verfassung, die Auflösung des Landtags und auch die Wahl von Richtern des jeweiligen Landesverfassungsgerichts. Außerdem braucht man in Thüringen unter anderem auch eine Zweidrittelmehrheit, wenn es um die Wahl von Mitgliedern bestimmter Gremien geht. Dazu gehört auch die Parlamentarische Kontrollkommission, die das Landesamt für Verfassungsschutz kontrolliert und beaufsichtigt. Die Website Verfassungsblog, die sich mit rechtlichen Fragen rund um unsere Demokratie beschäftigt, schreibt ganz allgemein zum Instrument der Sperrminorität Folgendes. Zwei Drittelmehrheiten sind eigentlich ein Schutzmechanismus. Man möchte dadurch verhindern, dass die Regierungsparteien einfach durchregieren können. Aber der Schutzmechanismus hat mit der Sperrminorität auch eine Kehrseite, die autoritär-populistische Parteien für sich nutzen können. Wo Konsensfindung eigentlich die demokratische Kultur stärken soll, kann sie durch Dauerblockaden geschwächt werden. Oder aber die Sperrminorität wird als Druckmittel missbraucht, indem die autoritär-populistische Partei die notwendige Zustimmung von Bedingungen abhängig macht und die anderen Parteien faktisch erpresst. Und genau dieses Prinzip, wir stimmen erst dann zu, wenn ihr bei etwas anderem zustimmt, könnte es auch künftig in Thüringen und in Brandenburg geben. Das sagt der brandenburgische AfD-Vorsitzende René Springer im Interview mit dem Deutschlandfunk. Zitat. Das bedeutet, die AfD könnte zum Beispiel ihre Zustimmung zur Ernennung neuer Verfassungsrichter der 2029 in Thüringen und Brandenburg davon abhängig machen, dass man einem Gesetz der Partei zum Thema Bildung zustimmt. Auch wenn das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hat. Damit hat die AfD deutlich mehr Macht in den beiden Landtagen als bisher und kann durch die Hintertür mitregieren, wenn man so will. Und weil die Länder wiederum über den Bundesrat natürlich auch auf Bundesebene Einfluss haben, könnte so etwas für eine Signalwirkung deutschlandweit sorgen. Und damit sind wir von der kommunalen über die Landesebene jetzt bei der Bundesebene angekommen und bei Deutschland als Ganzem. Drittens. Agenda-Setting. Vieles von dem, was ich bisher angesprochen habe, bezieht sich vor allem auf die ostdeutschen Bundesländer. Wir haben viel gesprochen über Thüringen, über Sachsen, über Brandenburg. Dort ist die AfD besonders erfolgreich, aber auch in den westdeutschen Bundesländern konnte die Partei zulegen. Ein Beleg dafür ist die EU-Wahl in diesem Jahr. Ihr kennt die Ergebnisse. Da kommt die AfD auf 15,9 Prozent der Stimmen und aufgeteilt nach Ost und West sind es im Osten 28 Prozent, aber im Westen auch immerhin 13 Prozent. Drittstärkste Kraft, zusammen mit den Grünen. Vor allem bei jüngeren Menschen ist die AfD sehr erfolgreich. Dazu findet ihr auch ein Video, das ich schon mal gemacht habe, oben auf dem i verlinkt. Und weil die AfD gerade bei Wahlen gut abschneidet, treibt sie die anderen Parteien ein Stück weit vor sich her. Auch was die Auswahl der Themen angeht, die politisch eine Rolle spielen. Gemessen daran, dass die AfD bei der EU-Wahl von knapp 84 Prozent der Wählerinnen und Wähler bundesweit keine Stimme bekommen hat und bei den Landtagswahlen im Osten von mehr als zwei Drittel aller Wähler nicht gewählt worden ist, bestimmt sie den öffentlichen Diskurs überproportional stark mit. Die Themen, für die die AfD steht, wurden und werden besonders oft diskutiert. Egal ob mit oder ohne sie, denn in den Talkshows bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist sie überproportional wenig vertreten. Zu diesen Themen gehören Migration und Sicherheit. Immer wieder setzt die AfD Themen. Damit bestimmt sie ein Stück weit die öffentliche Agenda, betreibt also sogenanntes Agenda-Setting. Ein wichtiger Faktor ist dabei sicher die enorme Präsenz der AfD im Netz. Und auch darüber findet ihr oben auf dem Video im i mehr. Der Politikberater Johannes Hilde schreibt dazu in einer AfD-kritischen Analyse für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Die AfD ist der Reichweiten-Champion unter den Parteien auf allen relevanten Social-Media-Plattformen. Mit einzelnen Beiträgen ist sie in der Lage, ein Millionenpublikum anzusprechen. Hilde verweist dabei vor allem auf die TikTok-Accounts der AfD, die hohe Aufrufzahlen generieren würden. Dabei bedient die AfD aus ihrer Sicht einen effektiven Mechanismus. Sie setzt mit ihrem Online-Netzwerk ganz bestimmte Themen und sorgt dafür, dass sich diese Themen stark verbreiten und zwingt damit immer wieder Politiker anderer Parteien, sich zu diesen Themen zu verhalten. Auf diese Weise werden die Themen noch größer, erreichen noch mehr Menschen und bestimmen die politische Agenda mit. Auch weil klassische Medien aufspringen. Besonders erfolgreich ist die AfD dabei dann, wenn diese Themen auch noch eng mit aktuellen Entwicklungen zusammenhängen. Zeigt sich zum Beispiel, wie momentan, dass die Einwanderungspolitik der Bundesregierung in einigen zentralen Bereichen nicht funktioniert, dann nutzt die AfD das für sich aus. Nicht ohne Grund haben klassische landespolitische Aspekte vor allem in Thüringen und Sachsen eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Das Thema Migration dafür umso mehr. Und wer weiß, ob die Bundesregierung tatsächlich im September 2024 Grenzkontrollen angekündigt hätte, wären die Ergebnisse bei den Landtagswahlen anders ausgefallen. Aber das ist nur Spekulation und meine persönliche Meinung. Dabei ist es für die Wahrnehmung der AfD letztlich auch gar nicht so entscheidend, ob sie konkret umsetzbare Lösungen anbietet. Sie wird von vielen Leuten mit den Themen verbunden und genau dafür gewählt. Die Tatsache, dass die Partei in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle, offenbar für die Wählerinnen und Wähler. Und genau auf diese Weise regiert die AfD, wenn man so will, indirekt mit. Indem sie immer wieder Themen setzt, die von anderen Parteien aufgegriffen werden. Denn die scheinbare oder tatsächliche öffentliche Meinung ist für viele Politiker sehr wichtig. Und das, obwohl aus der Forschung bekannt ist, dass, wenn die Politik auf Populismus eingeht, meistens nur die Populisten profitieren. Das IPG-Journal der Friedrich-Ebert-Stiftung, die der SPD nahesteht, schreibt zu dieser Entwicklung mit Blick auf die Niederlanden in einem Kommentar, die politische Kultur als Ganze bewegt sich stetig nach rechts. Obwohl die Populisten verlieren, könnten sie letztlich dadurch gewinnen, dass die Konservativen einfach ihre Ideen kopieren. Ähnliches kann man auch in Deutschland beobachten, insbesondere bei der Union. Und genau das beschreibt das Agenda-Setting, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Eine Folge ist auch eine Verschiebung von Diskursen. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder vom Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung in Berlin spricht im Interview mit dem MDR deshalb auch von einer Zitat Das heißt unterm Strich, auch wenn die AfD vermutlich sobald nicht an einer Regierung beteiligt sein wird, sie regiert jetzt schon mit. Teilweise direkt, teilweise indirekt. Es ist eine Entwicklung, die in einigen Bereichen ziemlich lautlos stattgefunden hat und die jetzt immer offensichtlicher wird. Zu denken, die AfD wäre eine Partei, die einfach komplett in der Opposition sitzt und gar keinen Einfluss hat, ist deshalb falsch. Das Gegenteil ist zumindest in Stücken der Fall und von der AfD genauso gewollt. Nicht ohne Grund war die Sperrminorität eines der Mindestziele der Partei bei den Landtagswahlen in diesem Jahr. Natürlich muss man das auch immer in Relationen sehen. Der Einfluss ist in der einen Region in Deutschland größer als in der anderen, aber er ist eben vorhanden. Was mich da mal interessieren würde ist, wie schätzt ihr das denn ein und woran erkennt ihr den Einfluss der AfD? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr noch zwei Themen, die ich hier in diesem Video kurz angerissen habe. Einmal geht es um Migration und Zuwanderung und direkt darunter in dem Video geht es darum, warum vor allem jüngere Menschen momentan die AfD wählen. Schaut da auch gerne mal rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen